Was geht ab, liebe Leute? Ich bin wieder am Start hier mit einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, auf meiner rechten Seite, zu meiner rechten Seite, Sascha, auf meiner linken, zu meiner linken Seite, Baris. Zu meiner rechten. Wir befinden uns hier bei... Pietro Lombi. Ihr seht schon, Leute, wir drehen heute eine Schätzfragen-Challenge. Ihr kennt es. Zehn Fragen hat Pietro hinter der Kamera mit einer Handy-App jetzt ausgesucht. Der Gewinner, würde ich einfach mal sagen, bekommt die Raute 1 Single. Ja. Perfekt. Eine kleine Vorstellung von mir. Ich bin Piero Lombardi, Multimillionär. Ja! Ja! Bekannt für mein Aussehen. So ist das halt, Digger. Die erste Frage. Wann wurde der erste McDonald's Drive-In in Deutschland eingeführt? Na, Gott. Ich muss so zählen, wenn ich da anfah. Drei, zwei, eins. Ich habe 1994. Okay. Das ist schon zu spät. In Deutschland. 1905. Alles klar, okay. Mit der Kutsche, oder? Mit der Kutsche McDrive, oder, Bruder? Du bist auf jeden Fall rechnen. Warum bin ich nicht immer der Dübste? Ich würde mich anfangen. Weil, ich würde nicht lachen. Ja, ja, ja. Mit der Kutsche hoch in Deutschland. Ich habe 1972. Was hast du? Ich habe 1994. Der Gewinner ist Sascha. Ja! Ja! 1980 wurde der erste Drive-In eingeführt in Deutschland. So weit bin ich aber nicht weggekommen. Du bist eigentlich nicht weit. Das ist also einmal kurz um... Ganz kurz. Wir waren eben... Das war so eine Bombe. Wir waren circa vor um 10 Uhr sind wir hingekommen. Das stinkt so. Wir waren in Düsseldorf, da sind Sascha noch nicht hochgekommen. Wir waren jetzt kurz umgezogen. Spenny und P waren unten. Ich war wirklich kurz auf dem Klo. Ich muss nur sagen, ich habe dreimal gespült. Aber es stinkt einfach in diesem... Es sind über 100 Quadratmeter. Und jeder einzelne Quadratmeter stinkt auch scheiße. Diese Frage, ich sage schon, könnte zum Vorteil für Baris sein. Okay. Und wenn du die falsch beantwortest, bin ich auch sehr enttäuscht. Okay, let's go. Wie teuer war die Ablösesumme, die AC Neapel dem FC Barcelona für Diego Maradona bezahlte? Zieh runter, schau das. 3, 2, 1. Das ist unglaublich, was jetzt gerade passiert ist. Das, was jetzt gerade passiert ist. Er geht in die Geschichte dieses Spiels, weil der Gewinner hat exakt die Zahlrichter. Das muss er mehr sein. Und das ist Sascha. 17 Millionen. Okay, das ist krank. Okay. Das ist unglaublich. Hast du sein Management damals gemacht? Ich glaube auch. Und jetzt kommt eine Frage, die eigentlich Sascha wissen müsste. Und dann bin ich da. Ja? Ich wette um alles, was keine Frage irgendwie heißen wird, so was ist was. Nee, nee. Also wie viele Deutsche, wie viele Deutsche sind 2013 bei den Bundestagswahlen? Wählen gegangen. Äh, die Lösung in Prozent. Ah, okay. Ich habe auch was. 2, 1, go. 40 Prozent. 45 Prozent. Ich sag, es waren 59 Prozent. Das ist viel zu viel. Und was jetzt passiert? Geht wieder in die Geschichte. Die Geschichte. Wollte ich keinen deutschen Passhabit zu sagen. Weil er richtig ist. Der liebe Sascha. Das war 71,5 Prozent. Das ist viel zu viel. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich überhaupt einen Punkt heute mit in den Hause nehmen werde. Also ich wäre schon froh, wenn du in den Punkt mit in den Hause nehmen würdest. Das Tativ nehme ich mir. Das sieht jetzt heute besonders schön. Wie hoch ist das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl 2013 für die CDU, CSU ausgefallen? Ich weiß es. In Prozent. In Prozent. 3, 2, 1, 0. Sascha? Das ist viel wahrscheinlich. 71 Prozent. Ich bin so dumm. Ich bin der dürbste Mensch. 49, ich weiß so, unter 50 Prozent war ich. Achso, ja doch. Das geht sogar mit 30 Prozent. Also. Gewonnen hat. Ich bin... Ich. Das ist Spammy. Wir sind das bestimmt. 41,5 Prozent. Müsst du badisch wissen, weil du bist ein guter Freund von dir. Kennst du ihn persönlich. Ich stinkt einfach. Scheiße. Aber du hast die Robo kaputt gemacht. Ich bin gerade gefroot. Ich fahre auch nicht. Nach dem Video fahre ich nach Hause. Ich schwöre, ich gehe ins Auto verloren. Ich fahre nicht. Es stinkt. Immer sauber. Er macht alle Fans auf und dann lüftet er immer durch. Nee, ich glaube, wir machen einfach das Klo die Tür zu vom Klo. Ja, warum ist es eigentlich auch? Wir schlagen das Klo in die Luft, Digga. Wie viele Spiele absolviert Franz Beckenbauer für die deutsche Nationalmannschaft? Mein Gott. 3, 2, 1, go. Bist du ein Abgucker, ne? Nein, ich schufe meine Mutter, ich schufe alles, was ich halte. Ich habe 130. Ich dachte auch, wenn er in der Schule mal bestanden. Wie viel hast du? 120. Ich habe 222. Ich schufe alles, ich habe nicht gut. Ich habe es nicht gesehen, was du geschrieben hast. Hoffentlich hat er recht. Also laut seiner Logik hat Franz Beckenbauer so ungefähr 17 Weltmeisterschaften nicht gespielt. Gewonnen hat Herr Storys. Es waren 103 Spiele. Oder wie viel? 103. Hä, was ist da unrealistisch? Euro-Meisterschaft, Weltmeisterschaft, Spiele zwischendurch? Ehrlich jetzt, 222. 100. Oh, okay, stopp. Wir machen jetzt ein Dings. Wenn Baris diese Frage nicht richtig beantwortet, ist er disqualifiziert. Okay. Ich schwöre, er ist disqualifiziert. Wenn ich schwöre und du musst beiden 50 Euro geben. Paypal oder Bitcoin? Ne, ich meine das gerade ernst. Wirklich. Okay. Wie viel darf ein Boxer, der in Fliegengewichtsklasse maximal fliegen? Das weiß ich nicht. Fliegengewicht? Ich habe eine Antwort. Ich habe auch eine Antwort. Ich habe 71. Ich habe 49. Ich habe 52, ich glaube es ist 48. Boah, das ist so krass. Was hast du? 52. Ich wäre gewonnen. War das? Mit 51? Es ist 51. Nein, Mann. Ich wäre jetzt, das ist alles kaputt. Und das war aber auch stark. Was ist 71? 71 ist super Mittelgewicht. Nein, eigentlich ist es Mittelgewicht. Schwellgewicht ist 100. Wenn in deinem Universum 71 Kilo Fliegengewicht wäre, dann wäre ich der übelste. Also ein mega Lauch im Klopfen. Die würden mich ausdachsuchen, weil ich mir gucken lasse. Ist es die letzte Frage bei Peter-Regel? Letzte Frage entscheidend. Peter-Regel? Nein, nein. Wie viele Fragen hast du? Ich kenne das. 2. Wie viele hast du? 1. Ich habe 3. Diese Frage ist für Spendi. Ich glaube, das müsstest du wissen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wie viel Liter Cola? Cola und Cola-Mischgetränke wurden 2014 in Deutschland wohl Kopf getrunken. Warum soll ich das essen? Bruder, das ging wieder frisch. Scheiße, ich spiel es dir. 1. Baris, bitte geh. Echt danach irgendwie dich begraben. Ey, ich habe es voll übertrieben. Ist mir auch scheiße. Ich habe 180 Liter. Poolkopf, Alter. Ist hart. Da kriegt jeder Cola raus. Ich habe 27 Liter. Moment, aber ich gehe nach dem Wert wie du. Du trinkst ja am Tag Rocker deine 20 Lose. Aber der Durchschnittsmensch ist nicht Pietro Lombardi. Stimmt. Ich bin sehr reich. Aber ich bin nach mir gegangen, weil du hast gesagt, es ist eine Frage für mich. Gewonnen hat ganz klar Sascha. Es sind 30 Liter. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst den Daumen wieder nach oben da. Ihr wisst Bescheid. Und schaut bei Baris vorbei. Da haben wir einen Zweiteiler gedreht. Schaut bei Sascha vorbei. Bei mir nicht. Nein, ich habe so viel Reichweite. Schaut bei Pietro vorbei. Und da ist jetzt das Video von Macarena online gekommen. Start. Macht's gut. Peace. Wey.